Hallo, ich bin die Eva und wir machen heute Yoga zusammen. Du brauchst eine Matte, nimm dir vielleicht, wenn es geht, zwei Blöcke, alternativ zwei Bücher, die hatten wir meistens daheim, aber es ist auch nicht schlimm, wenn du das nicht hast, du wirst es auch so schaffen. Wir werden heute unsere Muskeln und Sehnen langziehen und stretchen, den Körper aber auch kräftigen und mir ist besonders wichtig, dass du am Ende dieser Praxis dich verbunden mit dir fühlst, denn das ist Yoga, mit Atem und Bewegung dich zu dir bringen. Wir beginnen. Setz dich gerne auf einen Block oder auf ein Buch oder auf deine Decke. Eine Decke wäre noch gut zur Entspannung. Und bring deine Hände entspannt auf deine Knie. Du kannst entweder in den Fersensitz oder in den Schneidersitz. Und wir bringen entspannt die Arme auseinander. Und mit der Einatmung über den Kopf, streck dich ganz in die Länge, atme hier ein. Und mit der Ausatmung bring deine Hände vor dein Brustbein. Nochmal atme tief ein. Und mit der Ausatmung die Hände vor dein Brustbein. Schließ die Augen, bring deine Hände auf die Knie. Und mit der nächsten Einatmung zieh deine Schultern ganz nach oben bis zu den Ohren. Und mit der Ausatmung lass sie fangen. Atme nochmal tief ein bis in den Bauch. Und mit der Ausatmung mach deinen Bauch ganz weich und entspannt. Verbinde dich mit dir und mit deinem Atem. Blinzel die Augen wieder auf. Nimm Block oder was du unter dem Gesäß hattest raus. Und wir beginnen. Du öffnest erstmal die Beine. Du bringst dein rechtes Bein vor das linke in den Schneidersitz und beginnst über rechts, um deine Wirbelsäule zu kreisen. Wenn du vorne bist, öffnest du den Brustkorb und hinten wölbst du den Rücken. Machst die Kreise erst ganz leise, ganz langsam und klein und dann immer größer. und wenn du in der Mitte angekommen bist, pendelst du dich langsam wieder um deine Wirbelsäule herum ein. Ziehst dich ganz in die Länge und wechselst die Füße. Streck die Füße nach vorne, bring links nach vorne und beginn direkt über links zu kreisen, die andere Seite. Das ist sehr gut, wenn du im Büro viel sitzt oder sonst im Homeoffice. Das ist gut gegen den sogenannten Bürobuckel. Und immer wenn du vorne bist, öffne deinen Brustkorb. Letztes Mal kreis um deine Wirbelsäule rum. Pendel dich wieder ein. Zieh dich ganz in die Länge und dann bring deine Arme, verschränk deine Hände in deinen Nacken oder an deinen Hinterkopf. Zieh die Ellbogen nochmal mit der Einatmung auseinander. Und mit der Ausatmung roll dich ganz nach vorne. Mach deinen Kopf schwer und lass ihn nach vorne fallen. Und dann komm wieder nach oben. Öffne die Arme und wir treffen uns im Vierfüßlerstand. Du verteilst dein Gewicht auf allen Punkten, die die Matte berühren. Und mit der nächsten Ausatmung wölb den Rücken. Mach so einen richtigen Katzenbuckel. Lass deinen Kopf nach vorne fallen. Mit der Einatmung öffne den Brustkorb. Und mit der Ausatmung wölb den Rücken. Mit der Einatmung komme das geführte Hohlkreuz. Öffne den Brustkorb. Nochmal wölb den Rücken. Mach so einen richtigen Katzenbuckel. Stell den Rücken gerade. Schau nach vorne. Streck deinen rechten Arm nach vorne. Linkes Bein zurück. Zieh dich hier komplett in die Länge. Flex den Fuß. Und dann lass die Hand landen. Und zieh dein linkes Bein auf die linke Seite. Der Fuß landet. So auf Höhe deiner Hüfte. Du atmest hier ein. Mit der Ausatmung schiebst du deinen Fuß auf die rechte Seite. Mit der Einatmung nach links. Mit der Ausatmung nach rechts. Schau, dass du deinen Bauch festmachst. Nochmal nach links. Atme ein. Mit der Ausatmung nach rechts. Bring dein Knie wieder auf die Matte. Stell den Rücken gerade. Und jetzt streck deinen linken Arm aus. Und dein rechtes Bein zurück. Und du ziehst dich komplett in die Länge. Schau nach vorne. Flex den Fuß. Zieh die Zehen zu dir ran. Und dann stell die Hand wieder auf. Rechter Fuß ganz nach rechts. Auf Höhe deiner Hüfte. Du machst den Bauch fest. Mit der Ausatmung. Fuß nach links. Mit der Einatmung nach rechts. Ausatmung nach links. Einatmung nach rechts. Ausatmung nach links. Und dann komm zurück zur Mitte. Krabbel mit den Fingerspitzen ganz nach vorne. Stell die Fingerspitzen auf. Und jetzt schmilzt mit deinem Brustraum nach vorne. Schau, ob du besser dein Kinn aufstellst. Oder ganz entspannt die Stirn ablegen möchtest. Und nimm eine tiefe Einatmung hier. Und mit der Ausatmung schmilzt noch ein bisschen mehr Richtung Matte. Der Brustraum nach rechts. Und du drückst in die Fingerspitzen. Die Arme sind nicht aufgelegt. Und dann stell die Unterarme auf. Und komm mit dem Becken, mit der Hüfte auf die Matte. Zieh den Fußspann lang. Du bist in der Sphinx. Mit der nächsten Einatmung. Schieb deine Kopfkrone nach oben. Schau zur Decke. Zieh die Knie von der Matte weg. Mach deinen Oberkörper lang. Mit der Ausatmung schau nach unten zur Matte. Und mit der Einatmung komm in eine leichte Rückbeuge. Atme aus. Schau auf die Matte. Atme noch mal tief ein. Und mit der Ausatmung schau nach vorne. Bring Gewicht in deine Unterarme. Stell die Füße auf. Und zieh dich ins Unterarmbrett. Dein Bauch ganz fest. Und du hältst. Deine Fersen ziehen zurück. Und schau mal, dass du deine Hände aufeinander zuziehst. Und dann komm mit deinem Gesäß ein bisschen runter. Und halte. 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 Lauf jetzt mit deinen Füßen Richtung Unterarme. Wir kommen in den Delfin. und zieh deine Fersen Richtung Matte. Und wir bleiben hier für drei Atemzüge. Atme tief ein. Komplett aus. Nochmal ein. Und aus. Und aus. Und ein. Mit der Ausatmung stell deine Hände auf. Komm in den herabschauenden Hund. Deine Finger richtig aufgefächert. Zeigefinger zeigt nach vorne. Und deine Fersen ziehen Richtung Matte. Dein Kopf ist locker. Schüttel ihn noch einmal aus. So eine entspannende Yoga-Stunde für dich werden. Manchmal ein bisschen herausfordernd. Trotzdem entspannt. Mit der nächsten Einatmung streck dein rechtes Bein zur Decke aus. Und bring den Fuß an die rechte Mattenkante. Neben deinen kleinen Finger. Und du landest dein linkes Knie auf der Matte. Fußspann lang. Streck jetzt erstmal die rechte Hand zur Decke aus. Der Blick folgt. Mach dich richtig lang. Und dann lass die Hand direkt auf deinem rechten Knie landen. Wir mobilisieren die Hüfte. Und du beginnst kleine Kreise mit deinem Knie zu machen. Dein Atem darf dabei ganz ruhig fließen. Und dann dreh die Kreise um. Kreis in die andere Richtung. Und dann schieb dein Knie achtsam, aber bestimmt von dir weg. Halte. Und atme. Letzte Einatmung. Mit der Ausatmung löse es auf. Fass deine Ellbogen über deinem Kopf. Und dann öffne deinen Brustkorb. Schieb dein rechtes Knie nach vorne. Rutsch noch ein bisschen mehr auf deinem linken Fußspann nach vorne. Und du öffnest deinen Brustkorb maximal. Du darfst den Kopf Richtung Ellbogen neigen. Und wir bleiben noch zwei Atemzüge. Dann löse es auf. Stell die Hände auf. Bring Gewicht in deinen linken Fuß. Zieh dein rechtes Bein in den dreibeinigen Hund. Und lande im Herabschauen. Mit der nächsten Einatmung streckst du dein linkes Bein zur Decke aus. Und du bringst deinen Fuß direkt an die linke Mattenkante. Landest dein rechtes Knie auf der Matte. Und streckst deinen linken Arm nach oben. Blick folgt. Und dann lass die Hand direkt auf dem Knie landen. Und du machst Kreise mit dem Knie. Mobilisierst dein Hüftgelenk. Und dann dreh die Kreise um. Kreise in die andere Richtung. Wenn wir viel sitzen, ist es ganz wichtig, dass wir diese Hüftmobilisation machen. Und dann schieb dein Knie von dir weg. Die rechte Hand satt auf der Matte. Nimm eine tiefe Einatmung hier. Und mit der Ausatmung bring dein Knie zurück. Greif deine Ellbogen über dem Kopf. Hinter dem Kopf. Und du öffnest den Brustraum. Rutschst auf deinem rechten Fußspann nach vorne. Schiebst dein linkes Knie nach vorne. Atme tief ein. Und komplett aus. Wir bleiben noch für zwei Atemzüge hier. Tiefe und entspannte Atemzüge. Und dann löse es auf. Öffne die Arme. Stell die Hände auf. Schieb dein linkes Bein in den dreibeinigen Hund. Und dann lande auf der Matte mit dem Fuß. Lauf in kleinen Schritten bis kurz vor deine Hände nach vorne. Stell die Fingerspitzen auf. Atme ein. Lass komplett fallen. Der Nacken ist soft. Uttanasana. Vorwärtsbeuge. Roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Füße mattenbreit aufgestellt. Zeig es euch so rum. Du kommst in die tiefe Hocke. Schiebst mit deinen Ellbogen die Knie auseinander. Bringst die Hände vor dein Brustbein. Und jetzt such dir gern einen Punkt, den du anschauen kannst. Lass gerne auf dem Boden oder vor dir. Lass den Atem ganz normal fließen. Und dann stell die Hände auf. Krabbel mit deinen Füßen zusammen. So im Zickzack. Und dann bringst du deine Fersen zusammen. Drück die Fersen gegeneinander. Öffne die Arme zur Seite. Und auch jetzt such dir einen Punkt, weil es wird wahrscheinlich ein bisschen wackeln. Und wir dehnen jetzt hier das Fußgewölbe. Du öffnest die Arme. Und dann bring die Arme lang über den Kopf. Streck dich in die Länge. Atme ein. Und mit der Ausatmung bring die Hände vor dein Brustbein. Halte. Versuch zu lächeln. Auch wenn es manchmal zieht und spannt und macht und tut. Versuch trotzdem ein bisschen zu lächeln. Mit der nächsten Ausatmung komm nach oben. Die Fersen bleiben zusammen. Du streckst dich komplett in die Länge. Und dann komm zum Stehen. Komplett vorne an deine Matte. Und du bringst deine Hände vor dein Brustbein. Wir machen jetzt ein paar Sonnengrüße, um uns zu erwärmen. Und du schließt die Augen. Hände sind vor dem Brustbein. Und mit der nächsten Einatmung stell dir eine Sonne zwischen deinen Händen vor. Und diese Sonne erwärmt komplett deinen Bereich im Brustkorb. Füll dich mit Licht und Wärme komplett an. Und füll jede Zelle deines Körpers mit Licht und Wärme. Von ganz oben an deinem Kopf, Schultern, Hüfte, die ganze Wirbelsäule, Beine, Füße. Und du blinzelst die Augen wieder auf. Stehst ganz gerade. Wir bringen mit der Einatmung die Hände lang über den Kopf. Und mit der Ausatmung auf die Matte. Schau nach vorn. Bereit dich vor. Steig mit rechts zurück. Links dazu. Komm direkt in die Plank. Bauch ist fest. Knie, Brust und Kinn auf die Matte. Und du schlängelst dich in die Cobra. Atme ein. Atme aus. Zieh das Gesäß zurück zu den Fersen. Komm in den herabschauenden Hund. Zieh die Fersen in die Matte. Streck dein rechtes Bein lang zur Decke aus. Und bring den Fuß zwischen die Hände. Linker Fuß dazu. Schau nach vorn. Atme ein. Ganze Vorwärtsbeuge. Lass fallen. Locker deinen Nacken. Greif mal die Ellbögen. Häng nach vorne durch. Und dann roll dich Wirbel für Wirbel nach oben. Arme lang über den Kopf. Streck dich ganz in die Länge. Bring die Hände auf die Matte. Schau nach vorn. Steig mit links zurück. Rechts dazu. Plank Position. Chaturanga. Liegestütz. Und du kommst in den heraufschauenden Hund. Fußspann aufgelegt. Knie nicht auf der Matte. Heb die Knie von der Matte. Atme tief ein. Atme aus. Zieh das Gesäß nach oben. In den herabschauenden Hund. Streck dein linkes Bein nach oben aus. Bring es zwischen die Hände. Rechter Brust dazu. Vorwärtsbeuge. Atme aus. Nacken ist soft. Und du rollst dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Stehst ganz gerade. Tadasana. Beide Handflächen nach vorne. Nimm eine tiefe Zwischenatmung. Spür deinen ganzen Körper. Dann öffne die Arme wieder nach oben. Und bring sie vor dein Brustkorb. Verhack die Daumen. Schwing über den Kopf. Atme ein. Schwing zurück. Vorwärtsbeuge. Verhack deine Hände. Bring die Faust lang über den Kopf. Stell die Hände auf. Steig mit rechts zurück. Links dazu. Komm direkt in den Hund. Kipp ganz dynamisch in die Plank nach vorne. Bauch ist fest. Fersen ziehen zurück. Und dann kippst du auf deine rechte Seite. Füße übereinander oder auch nebeneinander. Und dann streck deine linke Hand nach oben aus. Die Mitte ist fest. Halt noch für einen Moment. Atme tief. Mach den Bauch fest. Und dann stell den oberen Fuß hinter dem rechten Fuß auf. Und zieh deinen Bauch Richtung Decke. Die Hand über den Kopf. Du kommst in Walping. Und wir bleiben hier für zwei Atemzüge. Nimm eine tiefe Einatmung hier. Atme komplett aus. Nochmal ein. Mit der Ausatmung löse es auf. Komm zur Mitte zurück. Und wir kippen direkt auf die linke Seite. Rechte Hand zur Decke. Atme ein. Bleib hier. Bauch ist fest. Füße übereinander oder hintereinander. Und dann löse den oberen Fuß. Bring ihn neben den linken Fuß. Öffne deine Hand zur Decke. Und schieb wirklich deinen Oberkörper Richtung Decke. Dein Arm geht lang über den Kopf. Und wieder zwei Atemzüge hier. Atme tief ein und aus. Und halte. Dann komm zurück zur Mitte. Plank Position. Knie, Brust und Kinn auf die Matte. Schlängel dich in die Cobra. Atme ein. Atme aus. Zieh das Gesäß zu den Fersen. Herabschauender Hund. Beug die Knie an. Schau nach vorn. Spring oder lauf nach vorn. Atme ein. Das Fallen. Ganze Vorwärtsbeuge. Locker den Nacken nochmal. Und dann roll dich Wirbel für Wirbel hoch. Verhaut nochmal die Daumen. Schwing über den Kopf. Einatmen. Atme aus. Schwing durch. Faust über den Kopf. Ganz lang gezogen. Stell die Hände auf. Steck mit links zurück. Rechts dazu. Direkt in den Hund. Kipp in die Plank. Und dann Chaturanga. Herabschauender Hund. Atme ein. Atme aus. In den herabschauenden Hund. Atme aus. In den herabschauenden Hund. Seid ihr alle noch da? Und dann kipp wieder nach vorne. Bauch ist fest. Schieb die Fersen zurück. Knie, Brust und Kinn auf die Matte. Und du schlängelst dich in die Cobra nach vorne. Atme tief ein. Mit der Ausatmung leg die Stirn auf der Matte ab. Und deine Hände im unteren Rücken zusammen. Füße hüftbreit geöffnet. Und du schiebst deine Schultern Richtung Füße. Hebst den Oberkörper ab. Handflächen zusammen. Und schäl den Oberkörper richtig von der Matte. Heb deinen rechten Fuß. Heb deinen linken Fuß. Und dann beginn. Als würdest du schwimmen. Kleine federnde Bewegungen mit deinen Füßen zu machen. Mit der nächsten Einatmung ziehst du dich noch ein Stückchen höher. Bringst dein rechtes Bein über das linke. Und bist in Shalabasana der Heuschrecke. Nimm eine tiefe Einatmung hier. Und atme komplett aus. Tausch die Füße links über rechts. Zieh dich noch mal hoch. Mit der nächsten Ausatmung lass fallen. Mach dir mit den Händen ein Kissen, wo du deinen Kopf drauflegen kannst. Und dann locker dein Becken, Gesäß und Hüfte. Mach den ganzen Körper ganz entspannt. Atme mal tief aus. Blubber die Lippen aus, wenn du möchtest. Stell die Hände wieder auf. Zieh dein Gesäß zu den Fersen. Und komm in den herabschauenden Hund. Beug die Knie an. Schau nach vorne. Spring oder lauf nach vorne. Atme ein. Atme aus. Ganze Vorwärtsbeuge. Roll dich Wirbel für Wirbel hoch. Die Arme noch mal über den Kopf. Ganz lang. Und mit der Ausatmung die Arme neben den Körper. Handflächen nach vorne gedreht. Und jetzt dreh dich. Dreh dich nicht. Setz dich. Wie auf einen Stuhl. Bring deine Hände über den Kopf. Ganz lang. Du kommst in Utkatasana, den Stuhl. Und jetzt zieh deine Fersen nach oben hoch. Und halte. Hände. Die nächste Ausatmung. Dreh dich auf die rechte Seite. Bring deine Fersen wieder auf die Matte. Und jetzt zieh den Bauchnabel Richtung Hände. Dreh dein Gesicht zur Decke. und halte, halte, halte und dann löst dein linkes Bein, such dir gleich einen Punkt, den du fixieren kannst und schieb, slow motion, deinen linken Fuß zurück und du landest, stehst im Twist und ziehst nochmal deinen Brustraum Richtung Hände und atme, löse es auf, bring beide Hände auf die Matte, schieb deinen Fuß zurück in den herabschauenden Hund, verteile dein Gewicht auf allen Punkten, die die Matte berühren, locker den Kopf und dann streck dein rechtes Bein lang nach oben aus, bring dein rechtes Knie zum rechten Ellbogen, mach den Bauch fest, nochmal, schieb den Fuß nach oben, ganz lang und dann rechtes Knie, linker Ellbogen, Bauch ist fest, nochmal nach oben, dann bring den Fuß zwischen die Hände, hinterer Fuß parallel zur Mattenkante, Arme nach oben, Krieger 1, beug dein vorderes Knie und schieb das Knie eher nach rechts als nach links und dann Krieger 2, beide Arme schulterbreit, du beugst dein Knie noch ein bisschen mehr und dann streck dein vorderes Bein, dynamischer Krieger, beide Arme lang über den Kopf und nochmal, beug dein Knie, zweiter Krieger, dynamischer Krieger, Arme lang über den Kopf, nochmal, zweiter Krieger, Knie gebeugt und Bein gestreckt, Arme lang über den Kopf, nochmal in den zweiten, lass die hintere Hand sinken und schieb die rechte Hand ganz lang über den Kopf, schau, dass du hier die rechte Flanke komplett lang machst, Platz zwischen den Rippen schaffst, atme hier tief ein und mit der Ausatmung bring deinen Ellbogen auf dein Knie und streck deine linke Hand zur Decke aus, bring deine Hand lang über den Kopf und jetzt gibt es eine Variation, wenn du möchtest, bring die linke Hand hinter deinem Rücken zu deinem Bein und verbinde, greif mit der anderen Hand unter deinem Bein durch und das hilft dir die Schulter noch ein bisschen mehr Richtung Decke zu drehen. Zwei Atemzüge hier und du hältst, löse es auf, komm wieder zum Stehen nach oben, beide Arme schulterbreit und du streckst dein vorderes Bein durch, segelst nach vorne, die vordere Hand landet auf deinem Fußspann oder Unterschenkel und die hintere Hand zieht zur Decke, du stehst in Trikonasana, den Dreieck, bleiben hier drei Atemzüge, atme tief ein, komplett aus, nochmal tief ein und aus, nochmal tiefe einatmen, komplette Ausatmung, du löst auf, bringst beide Hände auf die Matte, greif dir jetzt deine Blöcke, pack sie links und rechts von der Matte hin, bring deine Hände auf die Blöcke und lass dein linkes Knie sinken, rechter Fuß geht nach vorne in den Runners Lunge, alternativ darfst du auch mit deiner Ferse ein Stückchen weiter nach vorne krabbeln und in Hanumanasana kommen oder Spagat. Schau, was für dich besser ist, du kannst die Blöcke entweder unter den Händen haben, alternativ kannst du auch einen Block unter deinen Oberschenkel tun und im Runners Lunge neig dich nach vorne und im Spagat, schau, ob du die Hände nach oben bringen kannst. Yoga ist auch ein bisschen dafür da, den Körper auszuprobieren, aber auf freundliche und achtsame Weise. Bleib noch für zwei Atemzüge hier und halte. Tiefe Atemzüge und dann bring Gewicht in die Hände und schiebe ganz vorsichtig und achtsam deinen Fuß zurück und wir kommen direkt in den Drehsitz, du bringst deine Blöcke zur Seite, linkes Knie auf der Matte, rechter Fuß oben drüber, verteile dein Gewicht und dann strecke lang die linke Hand nach oben mit der Einatmung und twiste auf die rechte Seite, schau über deine rechte Schulter und dein Ellbogen ist wie so ein Hebel, der dir hilft, dich noch ein bisschen mehr aufzudrehen. Noch eine Einatmung hier. Mit der Ausatmung löse es auf, twiste auf die linke Seite, stell die Hände hier kurz auf und dann entknote deine Beine, streck die Beine lang, Wirbelsäule gerade, du fleckst die Füße, ziehst die Zehen zu dir ran und bringst die Hände lang über den Kopf und jetzt verklingt mal deine Finger und zieh deine Hände lang nach oben. Denk wirklich Länge in der Wirbelsäule, es ist ganz wichtig, dass die Wirbelsäule lang ist und dann mit der Ausatmung neigst du dich nach vorne, greifst die Füße, die Unterschenkel, neigst dich über die gestreckten Beine nach vorne und dann schließ die Augen Da wo du jetzt bist, bist du genau richtig Atme tief in deinen Bauchraum Schick alle Gedanken wie Wolken am Himmel Einfach weiter Konzentrier dich auf deinem Atem Noch eine tiefe Einatmung hier Komm mit der Ausatmung wieder nach oben Und dann in den Schneidersitz Bring Gewicht in deine Hände Spring oder Lauf in den Herabschneutenhund Verteil dein Gewicht Zieh die Fersen in die Matte Kopf locker Linkes Bein streckt mit der Einatmung Linkes Knie, linker Ellbogen Bauch ist fest Und schwing das Bein wieder in den dreibeinigen Hund Atme hier ein Linkes Knie, rechter Ellbogen Bauch ist fest Halte Streck dein Bein nach oben Knie zur Nase Wölb deinen Rücken Und stell den Fuß zwischen den Händen ab Öffne direkt Krieger 1 Hinterer Fuß parallel zur Mattenkante Knie gebeugt Atme tief ein hier Und dann öffne in Krieger 2 Beug dein Knie noch ein bisschen mehr Und schau, dass das Knie eher nach links geht Als nach rechts Bauch ist fest Schaust über deine vordere Hand Und dann streckt dein vorderes Bein Dynamischer Krieger Arme über den Kopf Krieger 2 Arme auseinander Knie gebeugt Dynamischer Krieger Atme ein Atme aus Zweiter Krieger Nochmal dynamisch Streck dein Bein Atme ein Atme aus Hinterer Hand sinkt Und du öffnest Deine linke Flanke Machst Platz zwischen deinen Rippen Atme tief ein Mit der Ausatmung Lass deinen Ellbogen landen Auf dem Knie Und streck die Hand Zur Decke aus Schieb den Arm lang über den Kopf Alternativ Binde Den vorderen Arm schiebt Unter dem Bein durch Und der hintere Arm geht am Rücken entlang Schau Dass du deine Schulter Richtung Decke drehst Den Oberkörper Richtung Decke drehst Und wir bleiben hier für zwei Atemzüge Und wir bleiben hier für zwei Atemzüge Der Arm lang über den Kopf Trikonasana Du stehst im Dreieck Und dein Blick geht zur Decke Das Mikro und ich Das Mikro und ich sind große Freunde Nimm noch eine tiefe Einatmung her Und dann löse es auf Komm zur Mitte zurück Greif dir deine Blöcke Hanumanasana Oder Runners Lunge Du darfst entscheiden Dein rechtes Knie landet Und entweder ziehst du Dein Fuß zu dir ran Kommst in den Runners Lunge Bringst die Hände auf den Block Oder auf die Matte Neigst dich über dein gestrecktes Bein Alternativ Stell die Blöcke auf Hände auf die Blöcke Schieb deine Ferse nach vorne Und schau mal Was heute möglich ist Einfach mal den Körper ausprobieren Bei mir geht die andere Seite viel besser Meistens hat man so eine Schokoladenseite Und wenn du willst Dann stell den Block Unter deinem Oberschenkel ab Probier einfach aus Und wenn du möchtest Streck den Arm nach oben Bleib hier noch Für zwei Atemzüge Öffne deinen Brustraum Der nächsten Ausatmung Löse es auf Gewicht in die Hände Schieb deinen vorderen Fuß zurück Und wir kommen direkt in den Drehsitz Du lässt dein rechtes Knie auf der Matte Linker Fuß oben drüber Und dann Verteile dein Gewicht Streck deinen rechten Arm lang zur Decke aus Mit der Einatmung Und dann twiste auf die linke Seite Ellbogen Am Oberschenkel eingehakt Du schaust über die linke Schulter Atme in deinen Bauchraum Tiefe und entspannende Atemzüge Bald kommen wir zum entspannten Teil Und du löst es auf Wir twisten auf die rechte Seite Stellst die Hände kurz ab Und dann komm direkt In den Schneidersitz Letztes Mal, dass wir in den herabschauenden Hund steigen Stellst die Hände auf Steigst zurück Wir treffen uns im herabschauenden Hund Verteile dein Gewicht Mit der nächsten Einatmung Streck dein rechtes Bein nach oben aus Und Achtung Bring jetzt dein Unterschenkel Parallel zur vorderen Mattenkante Wir kommen in die Taube Und du machst dein linkes Bein ganz lang Richte dich hier erstmal ein in der Haltung Und dann stell deine rechte Hand in der Mitte ab Streck deinen linken Arm nach vorne Der Daumen zeigt nach oben Und du greifst zurück Und schaust, ob du deinen Fuß zu greifen bekommst Und wenn dein Bein auf der Matte liegt Das ist auch total in Ordnung Wenn du den Fuß zu greifen bekommst Dreh deinen Ellbogen nach oben Und schieb den Fuß zu deinem Gesäß Und halte Lass den Fuß wieder ausgleiten Ganz achtsam Und dann mach dir mit den Händen Kissen, Krabbeln nach vorne Lass die Stirn auf deine Hände sinken Eine tiefe Einatmung Atme komplett aus Noch einmal tief ein Und aus Letztes Mal ein Das Gewicht in deine Hände Komm wieder nach oben Linker Fuß aufgestellt Und du schiebst dein rechtes Bein In den dreibeinigen Hund Streckst nochmal lang Und mach kleine Bewegungen Mit deinem Knie Ausgleichende Bewegungen Und dann stell dein rechtes Bein Deinen rechten Fuß Wieder auf der Matte ab Und du streckst direkt dein linkes Bein Lang nach oben Atme hier ein Und dann Achtung Unterschenkel parallel zur vorderen Mattenkante Du legst dein Bein ab Verteilst dein Gewicht Streckst dein rechtes Bein Richtig in die Länge Und jetzt bringst du deine linke Hand In die Mitte Streckst deinen rechten Arm nach vorne Daumen zeigt nach oben Und du drehst dich auf die rechte Seite Schau mal, was du hier zu greifen bekommst Und dein Fuß Und zieh ihn zu dir ran Und wenn du kannst Schieb den Ellbogen nach oben Und halte Das merken wir jetzt ganz sicher Im Oberschenkel Deutliche Dehnung zu spüren Und wenn du möchtest Kannst du den linken Arm nach oben strecken Und du hältst Noch für einen Moment Und dann bring die Hand wieder zurück Lass deinen Fuß ganz entspannt ausgleiten Beide Hände auf die Matte Gesicht ablegen Tiefe und entspannte Atemzüge in den Bauch Lass es dir jetzt gut gehen Entspann dich Und dann komm wieder nach oben Hände aufgestellt Gewicht in deinen rechten Fuß Und dann schwingst du dein linkes Bein nach oben Du machst kleine Bewegungen Mit deinem Knie Mit deinem Bein Alles, was dir jetzt gut tut, ist erlaubt Und dann komm in den herabschauenden Hund Und stell einfach die Knie auf der Matte ab Schwing die Beine zur Seite Wir machen jetzt unser Cooldown Stell deine Fersen auf Füße Zehen Ziehen zu dir ran Und du bringst deine Hände zwischen die Knie Und ganz langsam Legst du Noch nicht Ganz langsam kommst du zurück Auf die Matte Legst dich ab Stellst deine Füße auf Schau mal, ob du deine Fersen Mit dem Zeige- und Mittelfinger berühren kannst Und jetzt drück den unteren Rücken satt in die Matte Und du hebst Wirbel für Wirbel ab Kommst in die Schulterbrücke Und bringst deine Hände im unteren Rücken zusammen Roll noch ein Stückchen höher Bis du wirklich ganz auf den Schulterspitzen stehst Und dann löst die Arme Roll Wirbel für Wirbel zurück Und jetzt gibt es eine Variation Mal gucken, ob die besser geht mit dem Mikro Ihr dürft entweder noch mal in die Schulterbrücke kommen Da, wo wir gerade waren Alternativ stellst du deine Hände neben den Ohren ab Bringst Gewicht in den unteren Rücken Rollst dich nach oben Kommst ins Rad Hältst Und wir bleiben hier Entweder in der Schulterbrücke oder im Rad Für drei Atemzüge Das Rad ist perfekt Um deinen Brustkorb und deinen ganzen Oberkörper zu öffnen Und du atmest in den Baumbau Und hältst Dann löse es auf Bring erst deinen Kopf wieder auf die Matte Roll mit dem Rücken wieder auf die Matte zurück Und dann bring deine Hände auf den Bereich zwischen deinen Augenbrauen Lass deine Knie entspannt zusammenfallen Atme tief ein Und komplett aus Öffne direkt deine Arme In Kaktushaltung Beide Ellbogen auf der Matte Und du lässt deine Knie entspannt nach rechts fallen Kannst auch mit dem linken Bein dein rechtes Knie beschweren Dein Blick geht zur anderen Seite Mach das ganz intuitiv jetzt Wie ein Scheibenwischer Dürfen deine Beine auf die linke Seite fallen Du kannst auch hier wieder mit rechts dein linkes Bein beschweren Du schaust zur anderen Seite Du kannst die Augen schließen Dann dreh die Richtung nochmal um Beine auf die rechte Seite Blick nach links Und nochmal Beine nach links Blick nach rechts Und dann zieh die Beine zu dir ran Greif mit der rechten Hand dein linkes Knie Mit der linken Hand dein rechtes Knie Und roll ganz entspannt um dein Kreuzbein rum Den unteren Rücken auf der Matte Dreh die Kreise um Kreis in die andere Richtung Der Atem darf fließen Und dann kommen wir noch in die Umkehrhaltung Entweder nimmst du dir wieder einen Block Schiebst ihn unter dein Kreuzbein Schiebst beide Beine nach oben Schließ die Augen Oder du kommst in den Schulterstand Schwingst die Beine nach oben In den unteren Rücken Und hältst In jedem Fall schließ die Augen Lass den Atem ganz entspannt fließen In dem Schulterstand bist Schieb deine Füße lang über den Kopf In dem Flug Und du kannst die Seiten deiner Matte greifen Wenn du die Beine nach oben streckst Bleib hier Tiefe und entspannte Atemzüge Dann lösen wir die Hände an den unteren Rücken Und roll Wirbel für Wirbel ganz kontrolliert auf die Matte zurück Beine lang ausgestreckt Beine lang ausgestreckt Wir machen noch die Ausgleichshaltung Den Fisch Matsyasana Du stellst deine Ellbogen auf Pointest die Füße Lässt die Kopfkrone Richtung Matte sinken Und das ist eine tiefe Einatmung Atme es durch den Mund komplett aus Nochmal durch die Nase ein Und komplett durch den Mund aus Letztes Mal durch die Nase ein Und durch den Mund lass alles Alte raus Lös erst die Kopfkrone Komm komplett auf deine Matte Und jetzt darfst du dich entspannt ablegen Deine Fersen zusammenbringen Deine Arme ausgestreckt neben dem Körper Komm jetzt in die Endentspannung Wenn du dir was anziehen möchtest Dann tu das jetzt Oder hol dir eine Decke Damit du dich zudecken kannst Und warm bist Entspann jetzt Deine Füße Knie Hüften Entspann den Bauch Den unteren Rücken Mittleren und oberen Rücken Mit der nächsten Ausatmung Entspann deine Schultern Ellbogen Deine Hände Alle zehn Finger Alle zehn Finger Entspann die Mitte deiner Brust Kiefer und Zunge Dein ganzes Gesicht Deine Kopfhaut Mit der nächsten Ausatmung Lass dich entspannt In die Matte sinken Ein Jahr Die gelieb Ethan Die flrogات Die glas Die glas Deine Die glas Die glas Die glas Dine Die glas Die glas Die glas Vertief langsam wieder deinen Atem, bring kleine Bewegungen in den Körper, schieb deine Knie zusammen, und komm über deine rechte Seite, wieder nach oben, direkt in den Schneidersitz. Hände auf die Knie, atme tief ein, komplett aus. Ich hoffe, du fühlst dich ein bisschen mehr verbunden mit dir und deiner Atmung. Blinzelt die Augen wieder auf, bring deine Hände lang über den Kopf, streck dich ganz in die Länge und deine Handflächen vor deinem Brustbein. Neig dich leicht nach vorne, bedanke dich bei dir selbst für deine Praxis heute. Und dann bring die Hände auf deine Stirn. Namaste. Wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bis bald. ania Minister out. Bye. Lächeln beichaam. Bis bald. Wit.